Im zweiten Brief des Paulus an Timotheus lesen wir, Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der wahren Lehre nichts mehr wissen wollen. So wie es ihnen gerade gefällt, werden sie sich Lehre aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gerne hören möchten. Und weil ihnen die Wahrheit nicht gefällt, folgen sie allen möglichen fantastischen Ideen. Was haben diese Worte von Paulus, die er vor fast 2000 Jahren äusserte, mit der aktuellen Pandemie zu tun? Nun, seit einem Jahr befindet sich die Welt im sogenannten Corona-Stillstand und Sekten, Gurus und Wunderheilern beschert das Coronavirus ein Hoch. Hier in Deutschland gibt es zwar noch Menschen, denen es selbst unter diesen Umständen relativ gut geht, doch vielen anderen geht es weit weniger gut, sie leiden. Menschen in Alten- und Pflegeheimen vermissen die Nähe ihrer Familie, ihre Kinder und Enkel. Und selbst die, die nicht unter den Einschränkungen in einem Heim leben müssen, leben mit Angst vor ihren Kindern, weil sie befürchten, diese könnten sie als Virenschleudern mit Corona infizieren. Ich bin entschlossen, mich von dieser Angst nicht beherrschen zu lassen und den Kontakt zu meinen Kindern und meiner Familie nicht durch fragwürdige Verbote einschränken zu lassen. Auch der Wachtturm-Organisation der Zeugen Jehovas mit ihrem Kontaktverbot für Aussteiger habe ich nicht erlaubt, mich von meinen Kindern zu trennen. Und so werde ich mich auch nicht durch einen Virus von meinen Kindern isolieren lassen. Doch wie es aussieht, lässt sich die Mehrheit der Bevölkerung aus Furcht vor einem Virus in die Einsamkeit treiben. Ihr Leben wird von Angst beherrscht. Und sie versuchen, ihrem Alltag unter der neuen Normalität einen Sinn zu geben. Sekten und spirituelle Bewegungen, aber auch Verschwörungstheoretiker, wollen die Corona-Krise für sich nutzen. In Krisenzeiten suchen Menschen neue Perspektiven. Es scheint, dass wir dann für religiöse und übersinnliche Konzepte offener sind und dort nach neuen Inhalten einem neuen Lebenssinn suchen. Der gesunde Menschenverstand bleibt dabei schnell auf der Strecke. Eine zunehmende Zahl steht zwar auf und demonstriert gegen die neuen Einschränkungen, aber die meisten schauen auf die von den Medien präsentierten Zahlen, Neuinfektionen, Inzidenzwerte, Fallzahlen und Todesopfer und leben in ständiger Angst. Beide Gruppen sind ein leichtes Opfer für Sekten und spirituelle Bewegungen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Sekten und religiöse Gruppen bei den Demos der Corona-Maßnahmenkritiker zugegen sind. Auffallend ist jedoch, dass die Mainstream-Medien religiöse Gruppen, Mesoteriker, Wunderheiler und Verschwörungstheoretiker in einen Topf mit den Corona-Maßnahmenkritikern werfen. Selbst der Verfassungsschutz wird auf die Corona-Maßnahmenkritiker, die sich als Querdenker bezeichnen, angesetzt und sucht eine Verbindung zu verfassungsfeindlichen Aktivitäten. Dabei versäumt man, sich auf die Sekten zu konzentrieren, die sich wirklich als Feinde der Demokratie darstellen, zum Beispiel Scientology. Das Werbematerial der Scientology-Organisation erscheint zunächst harmlos, die Schlagworte klingen nach idealistischen Zielen, wenn vom Weg zum Glücklichsein oder Jugend für Menschenrechte die Rede ist. Die letzten Einschätzungen des Verfassungsschutzes stammen aus dem Jahr 2011 von der Berliner Senatsverwaltung. Wie auch immer, die Organisation, die davon lebt, ihre Mitglieder auszupressen und nichts Geringeres anstrebt als die Weltherrschaft, ist eine weit größere Gefahr für orientierungslose Menschen als die Querdenker-Szene. Bezüglich Corona haben die Scientologen angeblich die beste Virusprävention weltweit. Temperaturkontrollen an den Eingängen im amerikanischen Zentrum in Clearwater, Florida, regelmäßige Dekontamination der Bediensteten, was auch immer das heisst, und strenge Abstandsregeln. Ganz offensichtlich hat Scientology große Angst, ein Hotspot zu werden, denn die Wohnverhältnisse in den amerikanischen Gemeinden sind beengt. Ähnliche Präventionsmaßnahmen findet man auch in der Weltzentrale und in den Zweigbüros von Jehovas Zeugen. Vielleicht kannte man ernstere Ausbrüche bisher nur aus den Nachrichten. Aber was tun, wenn die Bedrohung plötzlich direkt vor der Haustür lauert? Viele sehen in dieser Pandemie die Erfüllung der Apokalypse, die Johannes in der Offenbarung beschrieben hat. Besonders Jehovas Zeugen sehen die Pandemie als einen Beweis für das nahe Ende und verhalten sich auffallend angepasst an die Vorschriften. Sie benutzen die Angst der Menschen, um ihre Anhänger noch enger an ihre Organisation zu binden. Stephen Lett von der Leitenden Körperschaft verstärkt in seinem Lagebericht zur Pandemie mal wieder die Endzeitstimmung, die, wie es scheint, bei einem Großteil der Anhänger verloren gegangen ist. Das sogenannte Dringlichkeitsbewusstsein ist verschwunden. Und die Pandemie scheint eine Gelegenheit zu sein, dieses wiederherstellen zu können. Hören wir rein. Ihr lieben Brüder und Schwestern, wie ihr nur zu gut wisst, haben wir jetzt schon sehr lange mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen. Ja, das ist richtig, wir alle haben mit der Pandemie zu kämpfen. Aber noch länger haben Jehovas Zeugen mit den falschen Vorhersagen und Versprechungen der Leitenden Körperschaft zu kämpfen. Sicherlich ein Grund, warum viele ihr Vertrauen in dieses Gremium, die durch Gottes Geist geleiteten Männer, verloren haben. Bist du es leid, eine Maske zu tragen? Ständig Abstand halten zu müssen. Du vermisst es sicher, dich mit anderen persönlich zu treffen. Das Ganze hält jetzt schon sehr lange an. Natürlich tun sich Menschen schwer, unter diesen Einschränkungen zu leben. Masken tragen, Kontakte vermeiden und so weiter. Aber Menschen leiden unter jeder Form des Kontaktverbots und Freiheitseinschränkungen. Du vermisst es sicher, dich mit anderen persönlich zu treffen. Ja, das ist so. Besonders, wenn man mit seinen Familienangehörigen keinen Kontakt mehr haben darf. Lett zeigt sich hier sehr verständnisvoll. Ob Steven Lett in diesem Moment auch an die vielen Aussteiger denkt, die unter dem von der Organisation verordneten Kontaktverbot zu leiden haben? Wohl kaum. Tatsächlich ist die Zahl der Erkrankten und der Todesfälle weltweit viel höher als jemals zuvor während dieser Pandemie. Ja, das sind für einen Zeugen Jehovas vertraute Begriffe. Achtsam sein, nicht nachlassen, die Zeit ist gefährlich, das Ende kommt immer näher und so weiter. Natürlich findet sich auch ein Bibeltext, den man zitieren kann. In Sprüche 28, Vers 14 heißt es, glücklich ist der Mensch, der immer auf der Hut ist. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Wenn wir immer auf der Hut sind, wie ein Wächter auf seinem Posten, dann hilft uns das, das Unglück abzuwenden. Dumm nur, dass Sprüche 28, Vers 14 nicht von der Furcht vor Corona spricht, sondern von der Gottesfurcht. Glücklich der Mensch, der beständig in Gottesfurcht lebt. Wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Es geht also nicht um auf der Hut sein, wie es die neue Weltübersetzung ausdrückt, sondern um Gottesfurcht. Auch so eine für Zeugen Jehovas vertraute Vokabel. Selbstsicherer und selbstbewusste Menschen passen nicht in Jehovas Organisation. Vor Selbstsicherheit wird daher fortwährend gewarnt, genau wie vor selbstständigem Denken. Auch hier hat Lett einen, wie er meint, passenden Text anzubieten. In 1. Korinther 10, Vers 12 lesen wir, Wer also denkt, dass er steht, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Wenn wir uns an diesem Grundsatz orientieren, wäre es also nicht so gut, uns übertrieben sicher zu fühlen und zu denken, mehr kann das nicht passieren. Diese Worte von Paulus machen nur im Kontext Sinn. Es geht nicht um Selbstsicherheit oder Selbstvertrauen. Es geht nicht darum, die Gefahr eines Virus zu unterschätzen, sondern darum, nicht zu selbstsicher zu sein, wenn es um Sünden geht. Traurigerweise haben Stand 20. Dezember weltweit über 7500 unserer Brüder und Schwestern durch das Coronavirus ihr Leben verloren. Einige Zweige berichten, dass sie allein im letzten Monat unter den Brüdern zwei- bis dreimal so viele Fälle hatten Das, was Stephen Lett hier artikuliert, ist vergleichbar mit dem, was man täglich von den Medien und Politikern dieses bösen Systems in der Sprache der WTG hört. Offensichtlich wird die weltweite globale Krise für das oberste Gremium der Zeugen Jehovas als ein Indiz für das bald herbeikommende Weltende gedeutet. Jehovas Zeugen gingen schon immer vom baldigen Ende des gegenwärtigen Systems der Dinge, wie sie unsere Welt nennen, aus. Über die Jahrhunderte hat Babylon die Große, das Weltreich der falschen Religion, mit den Königen der Erde geistige Unmoral begangen. In naher Zukunft werden die Religionsführer sehr wahrscheinlich daran beteiligt sein, die Menschen zu dem Ausruf Frieden und Sicherheit zu verleiten. Was passiert als nächstes? Jehova wird den Nationen einen Gedanken ins Herz geben. Sie werden die Vereinten Nationen ermächtigen, Babylon die Große anzugreifen. Damit beginnt die Große Drangsal. Was auch immer diese relative Ruhephase für uns bedeutet, es wird nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Alle anderen religiösen Organisationen werden vernichtet. Wir werden die einzigen auf diesem Planeten sein, die sich noch zu Gott bekennen. Deshalb wird Gog einen boshaften Plan schmieden. Er wird den vergeblichen Versuch unternehmen, die reine Anbetung auf der Erde auszulöschen. Sein Angriff auf Gottes Volk ist ein Angriff auf Jehova persönlich. Das wird den Krieg von Armageddon auslösen. Den Krieg des großen Tagesgottes des Allmächtigen. Sekten haben in dieser Zeit Hochkonjunktur. Dieses Virus legt ziemlich krude Weltansichten offen und entlarvt sowohl religiöse als auch politische Systeme, die mit dem Anspruch, Leben zu retten, die Menschen in Angst und Panik versetzen. Deshalb verzeihen Sie mir. Ich glaube, dass es weniger um das Leben des Einzelnen geht, als vielmehr um einen Machtkampf, zwischen welchen Mächten auch immer.